Eiss. Eisen! Bäusch jetzt einfach straight nach oben, oder? Ja. Ich komm schon gerade am Schluss raus, gell? Es kann gut sein, dass wir... Nein, ich bäue ja schräg. Aber weiter kam ein Ding runter, gell? Kiesi Nee, was? Du machst doch mal Fuck drin Chill mal Ja, ich bin doch schocken, weil du kriegst ja Leben ab, du bist so Dogen Zombie Hilfe, du bist schon Zombie Ich schau grad noch in der Höhle hier oben Ich brauch noch ein bisschen Eisen Ich brauch auch einen Slime irgendwie Mit deinem Fackel setzen kommst du irgendwie nicht hinterher Ich hab doch gesagt, ich schau mich in der Höhle hier grad rum Hier ist nicht noch Eisen und sowas Was ist das hier? Nein, mein Fackel, wird abgetrieben Hier stirbt wieder einfach Cobblestone Ich hab den zweite Schluch gefunden Tobi Okay, komm gleich Aber wenn wir jetzt die Amanten finden, müssen wir sie halt schnell markieren Ja Hallo Kripper Ja Hallo Kripper Ey Ich hab grad voll zwei Kaffee zum Skilett Oh Gott, da steh ich so viel Wasser rum Lager und so ein Scheiß Dreck hier Und so ein Scheiß Dreck hier Ich will jetzt endlich mal so eine Minenschacht finden Da kann sein, dass die Amanten drin sind Und Schienen sind da immer drin Und Schienen vor allem Und das sieht cool aus Und vielleicht die Ant Weißt du schon, wo ich bin, oder? Ja, ich bin nen anderen Weg gegangen, wo ne nicht ausgeläutet, ja Ach, zum Beispiel aber auch in der Stoß eingekommen, oder? Nein, nein, ich bin genau am Anfang, wo du da hochgekramen hast, so schräg Achso, okay Das ist von der Minigab eigentlich genau unter dem See drunter Äh, unter dem Fluss Äh, da bin ich auch So, schau mal So, am Einschluchtende bin ich schon mal Hast du euch noch Spitzhacken? Jo Okay Okay Aber nur Stein Ja, Spitzhacki, Spitzhacki Hey Junge Hier sieht auch Minen aus Echt? So ein bisschen die Gangform fast ein bisschen Hier ist der Holz drin also nicht Nein Natürlich nicht Denn er hat die Geschrie-Mine Da braucht man ja keine Hoffnung Perner Scheiße Scheiße, 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 Scheiße Da hab ich kein Eisen mehr dabei Also kein geschmolzenes Kann ich, kein Okay Aber ich kann mir ja Ich kann mir ja dann einfach rauslegen Ich kann mir einfach mal ein paar Steinspitzhacken, man Die gehen zwar das Zau schnell kaputt Sind unhandlich und stinken Aber egal Aber egal Ehhhh Öhhhh Ofen aus Steinspitzhacki rein Oh das ist eh wie ich den Schleifern sagen Das ist kein Diamanten Oh das ist ein bisschen Blumen Oh das ist viel Eisen Oh ich sehe dein Name da drüben Seh dich auch Oh dooo Eiss Oder ich habe mich gefunden endlich Nope Ich habe ewig in die Richtung weitergegangen aber kam nichts Okay So 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 Oh, ich finde schon irgendwann welche. Irgendwann. Oh, ich habe hier die 34 Eisen. Nice, nice. Au. Ich habe dich nicht weggemacht worden. Ich habe hier auch eine Höhle. Ich bin ja mit zu Feuer hin zu laufen. Das schlau-ba. La-ba. Ich habe gerade einen mega Bugs. Mein Feuer ist gerade... Das brennt. Ja, aber ich brenne grün. Bei mir habe ich immer wieder so einen grünen Schein gerade gehabt. Ich habe überlebt. Ja. 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 Oh, jetzt hier wieder schocken. Trübische Lava. Jetzt schau mal so hoch. Schau mal nach oben. Trägt dich irgendwo oder was? Ich sehe nichts. Jetzt nicht mehr. Du musst schon irgendwie weg. Ich habe darüber gelaugt, dass du anderen da war. Ja, ja. Ich bin ja... Ich habe mich mitten über den Gang darüber gebaut. Also da sehe ich jetzt so eine Art Brücke. Naja, ich habe dich so eine lange Sicht drehen. Schon über mich wurde ziemlich abgedunkelt. Stinkt's drauf, oder? Ich stelle doch mal. Ja. Scheiß Ding. Kass, da siehst du überhaupt nichts mehr in den Höhlen. Ja, da ist schon recht. In der Nacht auch wenig. Aber ist schon egal. Wir finden auch nicht so cool hier eigentlich. Ich schon. Ich finde, das sieht Hammer aus. Das heißt, jedes... Kacktage Shoppack von dir. Da bin ich hoch reingekommen. Aber wieder mal keine Minen gefunden. Und keine Diamanten. Bisher. Ah, hier hast du dich rüber gebaut. Hast du Eisen liegen lassen. Da ist auch noch ganz viel Eisen. Ja, ich stehe hinter dir. Ah, Tobi, Tobi. Welches Level bist du? 21. Du bist du mal deinen Diamantspittern oder so upgraden? Oder machst du dich? Ich mache zuerst noch mit Spitzhack. Wir brauchen dringend Zandhandschuh. Was bringt das noch mal? Außer das... Alles, was du zerstörst, bleibt so, wie es ist in der Form. Egal, was es ist. Ja. Okay. Also, außer bei Spawner geht es, glaube ich, mit jedem Item. Also, Spawner geht nicht. Ja. Schade. Nee. So ein bisschen OP. Wird voll cool, da diese Spawner. 20 Spawner und so auf einem Berg. Nur HXV. So wird es gemacht. Samtanschuh haben wir eigentlich voll die häufige Verzauberung. Ich weiß nicht, warum wir zweimal hintereinander Glück geben. Äh... Viermal Verzaubert haben wir, glaube ich. Und zweimal davon haben wir Glück. Und zweimal Samtanschuh. Sind die voll unlogisch. Das schlägt an unserem ausgeprägten guten Aussehen, glaube ich. Dass wir mal Glück bekommen. Ah, hier ist mehr wieder. Kann man hier noch rüber, ist denkst du? Schau mal. Da weiß ich nie, hier sowieso. Nee. Schlecht aus. Da unten, der Kohle. Ja, scheiß Kohle, hier drüben ist nix. Da unten. Das war's. Ja, Kohle. Da hol sie die alte, du meinst. So, ich hau jetzt nach oben ab. Mal schauen, wo ich rauskomm hier. Ja. Folgst du mir dann, oder? Hey, den Weg geht auch raus, wo ich gerade reingefahren bin. Er warst du schon ganz an der Oberfläche, oder was? Warst. Da kam schon Erde. Was ist ne Oberfläche für ne... Äh, was für die Höhe? 65 oder so normalerweise. Okay. Hm, 60 glaube ich, sowas rum. Ah, ich hab schon ne Höhe gefunden. Ah, ein Skelett. Ah, wirklich ein Bogenkampfmann. Ups, hab ich noch meinen eigenen... Oh, nee, was. Hey, Kleinschart hier. Cool. Die Spitzak, ich bin doch falsch kaputt. Ich bin zu weit gelaufen. Hä? Ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Ah, ich hab den Weg gefunden. 11, 15. Oder hast du sogar noch Eisen? Oh, kaputt. Ich bin wieder da abgehauen in die Richtung. Was? Ich brauche mal den Weg, wo ich war, weiter nach oben. Okay. Ich bin jetzt auf 52 gerade. Ah, ich bin rein von der Tür, oder? Ich bin nur 52 neben, keine Ahnung. Ah, ich bin draußen. Ah, ich bin draußen. Ah! Ich bin und ich bin draußen. Ich bin gleich draußen. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen. Und hier ein Enderman Uttaiischer. er schwimmt ein ei unter wasser es wurde ausgesetzt bin draußen ich höre nur ein paar viecher wo hier rumkommen töt töt und verbergen 21 22 23 ich darf zurück zu fahren ich bin ständig dazu ist hier so weit außen sind wir gewesen da war ein eingang die unruhe 2 mit vorn ist aber er hat schon so baum kann ich will sehen ich dachte das sind Dinge gesteht ross ist wir haben angefangen hier hat unser let's play begonnen da bist du den hügel gekommen aus dessen weil die herrschung hier stand ich also wir sind jetzt wahrscheinlich schon 2 Jahre oder so seit die erste Folge hochgeladen wurde, oder? Das war auch unsere Stunde schon. Spezi und dem Monster Hunter. Das war doch. Scheiß Verräter. Nein, du versprochen. Nein, du versprochen. Ja. Erster. Und wir ändern. Nee, du stehst davor. Ja, aber seit ungefähr 10 Minuten. Ja, ich hatte ja auch da, aber das war ich als Erster. So, ich haue dir mal alle wertvollste an, in die alte Kruschkiste rein. Weil ich kann nicht mit dem neuen Zeug noch nicht so aus. Ja. Ja, mach ich dann auch. Ah, ist mir egal. Ich mach jetzt erst mal. Ich räume das nächste Mal auch am Anfang. Kein Bock. Okay. Also, dann checken wir mal ab, dass wir diese Ressourcen-Sammeltour gefunden haben, oder? Also, ich habe als wertvoll gesagt, eine Ender Pearl, eineinhalb Stacks Redstone, eineinhalb... ne, sogar zwei... zwei Stacks Eisen ungefähr, äh... 22 Gold, 25 gebrannte Eisen, drei Stacks Kohle, 22 Lapis Lazuli. Ich habe zwei Stacks Redstone, 19 Diamanten, eineinhalb Stacks Eisen, sechs Golderz, fünfeinhalb Stacks Kohle, und... 24 Lapis. Ja, das hört sich ganz nice aus, oder irgendwie kommen wir... vor allem 90 jemanden, das ist schon geil. Dann beenden wir das mit... Jeder macht sich nur ein Schwert, oder? No. Warum? Hey, no way. Warum? Nächstes Mal. Die Spannung muss aufrecht bleiben. Okay. Ah, warte, ich muss mir grad noch Rüstung holen, irgendwo drüben, weil ich habe nur noch, wie du siehst, nur noch einen... Ruchhpanzer. Das müssen wir noch mal, bevor wir die Folge binden. Ich dachte, ich hab grad auch noch, was geht ab. Ich glaub, hier war noch irgendwo Ruchhpanzer, Warum hast du bis eigentlich in die alten Ruchhkisch, die reingemacht, denn schon die neuen machen können? Jetzt musst du... Ja, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich da rüber gehe noch. Ich dachte jemand. Ich hab jetzt noch... Hosen, ich muss mir schnell selber bauen, da haben wir vielleicht keine mehr gehabt. Ich hab' ich irgendwann gestohlen. Ich sag' ich jetzt, dass die Ruchhkisch hier rausgenommen oder was? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hose! Und damit hab' ich wieder farscht, volles Zeug. So. Also, ich bin bereit zu beenden. Ja, ich räum's jetzt grad mal eines, zwei, jetzt kann ich grad noch mehr warten. Der kann ja grad mein Zeug auch noch rausholen, oder? Ja, bring' ich mir rüber. Ja, schnell. Ich brauch' ich denn... nicht hier. So, ich komm mit, Tobi. Ich brauch' ich selber einräumen diesmal. Okay, probier's. Zuerst mal kommt die Kohle dran. Kohle war da drüben irgendwo. Gab's ne eigene Kirsche dafür? Ne, ist ne Kartoffeln. Nein, da rechts wahrscheinlich. Ja, Kohle. Kohle ist drin. Äh... Eisengold, Diamanten, Obsidian, Lapis, Lazuli. Lapis kommt da auch rein. Was ist mit den Ors? Hast du die gleich zum Brennen getan, oder? Nein, nein. Da gibt's ne extra Kirsche dafür. Die Ors nicht brennen. Die am Eingang. Die Ors Kirsche. Da brauch' ich nicht. Am Eingang, okay. Da muss ich nur Gruschke stehe. Gruschke stehe. Wirkenholz. Plasterstein. Demton. Ziegel. Sandstein. Brandensterstein. Wo soll die sein? Rechts vorne. Wenn du nach rechts schaust. Ich hab' hierfür Dreadstone. Dann tue ich jetzt mal das Redstone zurück. Dann rein. Da ungefähr gegenüber. Ich ehrte sie. Unten nicht das. Inüber unten. Ah, ernst ihr da. Eisen. Eisen. Und Gold. Ja, das war so. Dann hab' ich da geschmolzenes Eisen. Wo soll ich das denn tun? Da glaub' ich. Ja. Hey, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, das wir haben, finde ich. So eine gute Aktion hier. Hey, wo sind die Diamanten? Oh, man. Oh, man. Ich hab' die gute Aktion noch. Boah, ich hab' bestimmt schon neulassen mit denen. Nein, ich hab's nah an. Aber wir lassen die jetzt erstmal ruhen, bis nicht stehen. Ich wollte sie nur anschauen in der Küche, ja, alter. Du bist zu bewundern in ihrer Schönheit. Du bist zu bewundern in ihrer Schönheit. Ja. What the fuck? Ahhhh. Der entschuldigt unseren Ding hier rum. Lass ihn nach unten geortet für dich am besten. So? Ja. Warte, ich bin gleich fertig. Ahaha. Und so? Viere Redstone scheiße mir auch mal. Einmal runtergehen und schon hast du 16 Level einfach. Verdammt. Fail. aber wir enden jetzt sicher nicht im lager ab jetzt form aus ich hab jetzt hat die aus noch zum brennen getan alle und dann habe ich ein fertiges eisen aus dem ofen geholt haben wir eineinhalb eineinhalb gibt fertige eisner schon wieder jetzt das text hat fast 26 voll kann man ein paar schienen ja leicht zu bauen könnte erst mal da können wir anfangen bahnhof 6 verbauen oder so der busbahnhof mit wo muss ein bisschen clay und so ein scheiß also dann werden wir hier ein paar aus auf unseren betten er hat zwei katzen jetzt ja ich hatte mal drei jahren ich vergesse dass man auf x-ray geht für die mini-map aufmachen kann cool schauen wir uns an also ein paar daraus zu holen oder so der z traust du also oder rein zu machen sie bereich ziemlich viel schon der sie sogar um so ein baum und nicht ja ich habe ein bisschen zum den gestellten als ich noch jetzt ist ja ich möchte die fernstatt sich noch also wir brauchen wo muss man was bauen wir müssen da noch was war und das muss dann weiter rein richtung nach oben um ein nach links unten da ist noch nicht allerdings unten und oben und oben rechts und die ecken ein bisschen mann da muss nicht so viel hin weil das ist ja nicht so zentral das sollte uns aus dass ich heute schon das war meine weitesten außen liegt sein wird ok auf jeden fall wir mal jetzt die pause dann wird es zuschauen du zum extra mal ich bin da ja 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 ja